Da kommen wir von der Arbeit, von dem entspannten 12-Stunden-Dienst. Ist ja auch nix los, halben Tage arbeiten. Na ja gut, hat man sich auch selber irgendwo ausgesucht. Ja, was höre ich denn heute und lese ich in der Zeitung? Die Politiker gehen mit 56 in Rente, in Ruhestand. Ja, das ist ja eigentlich schon mal, ja, 56 ist natürlich auch schon ein Alter, ne? So, aber was verlangen Sie von uns? Rente mit 70. Mit 70? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Soll ich mit dem Krankenwagen zur Arbeit gefahren werden, oder was? Rente mit 70, ihr habt sie wohl nicht alle. Gibt's ja auch gar nicht, nur weil die Rentenkassen leer sind, wenn ihr das Geld hier aus dem Fenster rauswerft. So eine Scheiße! Solche Schlaglöcher in den Straßen! Fährst du das Auto kaputt! Für sowas auch kein Geld da! Die Rente ist recht nicht! Meine Güte noch mal! Stellt euch das mal vor! Arbeit bis 70! Erstmal sind wir nachher schon gar nicht mehr am Leben. Die Hilfe ist tot. Und wenn die Leute noch leben, stellt euch mal vor, die Pflegerin im Alpenheim! Da müssen die Jungen, da müssen die Alten den Jungen da den Arsch abfischen! Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder was? Hallo Schwester! Ne, ich bin Bewohnerin! Da musst du zu der Älterin hingehen! Die ist schon 70! Dann ist hier eine! Die arbeitet hier! Kann ja wohl nicht wahr sein, oder was? Ich glaube ich spinne! Aber mit 56 in Ruhe stattgehen! Meine Güte noch mal! Und dann richtig, die 1000 Euro einstecken da! Nichts gemacht! Irgendwelche Doktorarbeiten gefälscht! Diät kriegen! Bis zum Abwinken! Die Scheine werden in den Arsch geschoben und kommen dann die Uhr wieder raus! Das kann doch alles nicht wahr sein! Rente mit 70! Meine Güte noch mal! Die hat doch einen an der Marmel! Rente mit 70! Mann, 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 du! Echt! Ich krieg' Blutdruck, wenn ich sowas hör! Meine Fresse! Rente mit 70! Wer von euch hat denn Bock auf Rente mit 70? Würde mich mal interessieren! Habt ihr da Bock drauf, oder was? Mit dem Krützstoff irgendwie zur Arbeit gehen? Mit dem Krankenwagen liegen zur Arbeit fahren lassen? Liegen nach Hause! Muss ich da umgelagert werden in mein eigenes Bett? Mann, du! Lkw-Fahrer! Stellt euch das mal vor, mit 70! Wer fährt denn da mit 40 Tonner über die Autobahn? Das ist ein rollender Sarg, ist das! Aber nicht nur für sich selber, aber auch für andere! Rente mit 70! Glaubst du ja wohl nicht, du! Postboten! Bis 70! Braucht ihr ja noch länger, bis die Pakete kommen! Der ist ja jetzt schon scheiße! Kommt ja jetzt schon nicht pünktlich! Schmeißt ne Karte rein! Und dann muss er Pakete 10 Stück bringen! Dann braucht er ja Sauerstoff, bevor der oben ist! Mein Gott, nochmal! Gibt's ja auch gar nicht! Guten Tag, Herr Kunde! Haben Sie mal ne Blutdruck-Tablette? Ich hab wieder hohen Blutdruck! Mein Gott, nochmal! Rente mit 70! Mann, 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 doch! Meine Fresse! Da krieg ich so nen Blutdruck, doch!